herzlichen willkommen zum neuen video heute gibt es wie ihr seht die knisterteufel von lonster immer im blau pink und rot hier habe ich schon alle aufgestellt und die werde ich jetzt gleich alle zünden so halt der schwede dass er den namen teufel also knisterteufel wirklich verdient wahnsinn so 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 so